Hi, ich bin Haulin und ich bin Zweiler und das ist Eichholin. Ja, ich muss mich für die letzten beiden Male entschuldigen. Einmal kam Claudia hier so ran und fragte, was sie kochen soll, da habe ich Claudin gesagt. Ich meinte aber Claudia und als ich beim ersten Mal verkündet habe, dass sie ein Date hat, habe ich auch Claudin gesagt, aber ich meinte Claudia. Also nochmal zum Verständnis, Claudia hat ein zweites Date. Es hat sich jemand gemeldet und jetzt hat sie ihr zweites Date. Mal gucken, ob er der richtige für sie ist, nicht so wie meine. Zweiler, hast du deine Tabletten genommen? Ja. Gut. Also, seht euch das Date mal an. Ähm, ja, wie heißt du eigentlich? Ich bin Bernd. Und wie alt bist du, Bernd? Zwanzig. Was machst du beruflich? Ich werde gewaltige kleine Kinder. Nein, jetzt mal im Ernst, was machst du beruflich? Ich werde gewaltige kleine Kinder. Ähm, okay. Ähm, warum hast du Interesse an mir? Weil du blond bist. Was ist, ob er nicht meine Naturhaarfarbe? Trotzdem, du bist blond. Und warum magst du blonde Frauen so? Weil sie doof sind und aber hübsch sind. Aber ich bin nicht doof und, oh, du findest mich hübsch? Nö. Nö. Holin sagte zu mir, vor mir sitzt eine, eine sexy Frau. Aber ich sehe vor mir einen Nerd. Ich bin kein Nerd. Ich bin kein Nerd. Warum denken alle das nur, weil ich eine Brille trage? Wir sehen uns. Ja. Ich glaube, wir lassen das jetzt erstmals schon der zweite fehl. Okay. Und der Typ war voll creepy. Woher hast du die Leute immer? Na, aus dem Netz. Und weil die hier angerufen haben. Oh Gott. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Ja, jedenfalls. Wer Interesse hat, kann sich melden. Aber ich glaube, wenn ich das nochmal mache, dann kriege ich von Claudia Haue. Oh ja. Naja. Wir sehen uns zunächst mal wieder. Bye. Tschüssi.